Hallo und herzlich Willkommen bei Red Dog Gumball. Ich bin heute für Diagnach Ticket und heute habe ich das Spiel Farben Wild 3. Viel Spaß! Und da sind wir mal wieder. Ah, ich kenne das Spiel, ja, das habe ich schon gespielt, ja. Was soll ich eingeben, Bestätigung? Ah, ne. Bestätigen. Okay, nochmal eine Minute warten, dann habe ich das Spiel drin und dann kann ich losgehen. Ja, später. Das dauert ein bisschen lange. Bis gleich. Ah, schon da. Okay. Gehört auch schneller als ich dachte. So, dann haben wir jetzt die ganzen Sachen hier. Okay. Okay. Diamant. Oh. 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 Traurige Musik? Es wäre gestorben. Oh. 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 ach ich will nicht nur da drauf war, gut Eier, Eier so dann haben wir jetzt alles stufe 24 ok 23 ok habe ich euch gerade verkauft quetschen sich hier durch ja meine kühe von geklaut ok mir fehlt geld mal wieder kapitel 1 1.4 kreuz 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 exotische tiere gratis kreuz 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 Oh, hier gibt es keine Eier, hier gibt es direkt Küken. Hier ist es noch. Los komm, du kriegst noch ein Nebel, bitte schön. Krokodil? Jo, Arigato. Wolf, das ist auch ein Wolf, Hyäne. Fuchs, Känguru, Baumkänguru. Noch ein Wolf, noch ein Känguru. Koala-Bär. Babyfuchs. Waschbär. Das könnte eine Katze sein. Panda. Es gab viele Theorie hier. Das würde ich haben. Woh-Woh-Woh. Oh, herrsinn. Oh, herrsinn. Oh, so Zillion, das ist wie die Geräte aus wichtig. Oh, herrsinn. Oh, herrsinn. Oh, die neuen Angestellten. Oh, schnell mal meine Energie leer hier. Wapp, wapp, wapp. Hm. Sim habe ich noch. Oh. Ah. Wie fun? Zack, Zack, Zack. Ich warte, bis er da ist. So ein Blumenöl. Ah, ich brauche Mais. Weiß. Hm. Ihr wisst, was ich meine. Was? Und so ein Blumenöl. Ich brauche mich. Ein Ei. Ich muss Ihnen sogar zeigen, wie man Eier legt. Ich habe das, was ich auf dem Takt. Ich brauche mich an. Ich brauche mich an. Ich brauche mich an. So, jetzt habe ich alles gemacht. 2.000, jetzt habe ich nicht. Soja, Soja. Komm schon, noch ein paar Sekunden und da. Wo war das hier? Noch mal eine. Noch mal eine ganze Fuhrie voll von Blumen. Choo, 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 Choo. Soja, Soja. Okay. Aus der Scheune verkaufen und hier kann ich so die Sachen verkaufen. Wo kriege ich denn eine Million für? Ach, ich habe noch so einen Schlüssel. Geht das nicht auch für die Truhen? Nein. Schade. Schade, 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 Schade. Habe ich eben gerade erst gekriegt und schon Level Up? Lieber Scholli. Schade, 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 Schade. Schade, Schade. Das war's für heute. Nächste Runde. Hvorfor er jeg projekteret, der fyrer? Hmm, der kan energi mere. Hmm, 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 hmm. So, liefert, zack, weg ist es. Gleich den Nächsten hinterher die Pfanne. Wo bleibt das Auto? Soja, dabei Sonnenblumenöl. Zack, und wieder weg. Da finde ich Sonnenblumenöl. Okay, ich produziere Sonnenblumen. Was ist das? Eine Kuh, ein Zaun und ein Heubein. Jojojo. Du kennst ja den Weg anscheinend. Dunkles Ei, ein Eierkuchen. Herstellen, ein Eierkuchen. Genau. Sojasauce, Sonnenblumen. Ja ja, ich weiß. Ich glaube, ich brauche noch mehr Getreide für den Mehlsack. Sojasauce, Sonnenblumenöl. Zucker, Zucker. So, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Genug herumgefarmt. Ich hab sechs. Da kann ich nochmal einen ausgeben. Da. Alles klar. Okidiokidi. Sprechblase, Chat. Ok. Dann, möchtest du noch einmal hier das abfahren? Scheint so, als ob der sich aufgehangen hat. Ich kann nichts mehr machen. Ach doch. Beenden geht. Jawohl, beenden. Dann sag ich mal, Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wer dabei nicht so dabei seid. Bis dann mit euch. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Schmidt Cristo. Ich hatte einen Ronald